WMF Stelio Diese Eierkocher ist bestens für Haushalte mit mehreren Personen geeignet, da er bis zu 7 Eier gleichzeitig kochen kann. Er ist aus Edelstahl und gebürstetem Chromagan hergestellt und wird mit einem Messbecher, einem Eierpieker und einem Drehregler geliefert, um die Kochzeit festzulegen. Der Regler ist in 3 Bereiche eingeteilt, die jeweils weiche, mittlere oder harte Eier ergeben. Letztendlich wird die Einstellung durch die Anzahl und Gewichtsklassen der Eier bestimmt. Das Modell besitzt eine Funktion, welche das Zubereiten von Eiern in verschiedenen Härtegraden ermöglicht. Wenn man die Eier, die man auch weich haben möchte, herausnimmt, kochen die anderen weiter. Der Kocher wird durch einen Ton signalisieren, wenn der jeweilige Härtegrad erreicht wurde. Die Kochzeiten erweisen sich als besonders freundlich. Für ein mittelweich gekochtes Ei benötigt er nur 7 Minuten. Das ist deutlich schneller als bei vielen anderen Modellen. Allerdings benötigt er knapp 18 Minuten für 7 hartgekochte Eier. Das ist wiederum im Vergleich zu anderen Modellen etwas langsamer.